ist der V8 Motor im neuen Scania 770S. Damit ist er jetzt der King of the Road, kein anderer Serien-Lkw ist zum Testzeitpunkt stärker. Und trotz mehr Leistung verspricht Scania 3% weniger Spritverbrauch im Vergleich zum 730 PS V8. Hier wurde nämlich allerhand Feinabstimmung betrieben und der neue V8 ist obendrein um 75 kg leichter geworden. Abgesehen von der enormen Leistung,